Wir hier von Dr. Optics wollen an die Fläche ran und nicht nur für einen Hungerlohn arbeiten. Wir stehen hier bei Dr. Optics in Neustadt an der Orla. Wir haben heute den vierten Verhandlungstag gehabt und sind zu keiner Entscheidung gekommen. Der Arbeitgeber stellt sich immer noch leicht queren. 90 Prozent der Produktionsmitarbeiter sind draußen und das ist wirklich eine super Beteiligung. Wir haben jetzt seit 14 Jahren mit Dr. Optics nicht mehr gestreikt. Das Lohnniveau ist seitdem stark gesunken und es geht umzukehren. Das zeigt aber heute der Warnstreik, dass wir dazu bereit sind, wir das können, wir das schaffen bei Dr. Optics. Die Belegschaft ist nicht eingerostet, sondern sie ist lebendiger denn je und steht geschleusen hinter der Forderung der IG Metall. Die Belegschaft ist nicht eingerostet, sondern sie ist nicht eingerostet, sondern sie ist nicht eingerostet. Die Belegschaft ist nicht eingerostet, sondern sie ist nicht eingerostet, sondern sie ist nicht eingerostet. Vielen Dank.